Also man kann eigentlich nur sagen, LOL, was der Posch uns da bei Mario Bartek aufpräsentiert. Der ach so tolle Tierschutz, ganz so wichtig und so, wird ja ständig immer was im Fernsehen gebracht und sonst was, ist ja im Grundgesetz drinne. Und dann, was ist hier, Heime, sind so gut wie pleite, weil der Staat da knausrig ist ohne Ende. Also uns mal kackfrech zusammenzufassen, für Flüchtlinge ist Geld da, für Tiere in Deutschland aber nicht. Jaja, wir merken hier in Deutschland unsere Regierung wirklich sehr, sehr hooooch, moralisch.